Willkommen zum nächsten Q-Check hier bei Schwungvoll. Ja, und die Frage heute, die ist einfach, was passiert eigentlich, wenn man die Technik des BMW i3 mit einem typisch britischen Auto kombiniert? Dann kommen wir nämlich zum Mini Cooper SE, ja, dem kleinen Briten mit dem Antriebstechnik des BMW i3. Bei 184 PS und 28,9 Kilowattstunden nutzbare Energie in der 2021er Facelift-Version. Ja, und ich habe ja den 2020er Mini Cooper schon in meiner Pendelstrecke getestet. Das Video kennt ihr, sonst verlinke ich es mal eben. Und heute geht es hier reinweg nur um die Qualität, wie gut bauen die Briten Elektroautos. So, und beim Q-Check des Mini Cooper SE, und das ist, wie ihr seht, übrigens eine 2021er-Version, erkennt man von außen zum Beispiel an der geänderten Frontschürze. Ansonsten hat er auch jetzt inzwischen sogar einen adaptiven Tempomaten drinne. Ja, da muss ich sagen, habe ich tatsächlich gar nicht so viel gefunden. Also das, was jetzt inzwischen aus dem britischen Werk in Oxford kommt, das ist schon wirklich gut. Und ja, wie ich das beim letzten Mal schon gemacht habe, gehen wir jetzt einfach schon die Punkte, die ich gefunden habe, mal eben durch. Und fangen an beim Kotflügel vorne in dem Bereich hier. Da haben wir eine Zierleiste, die von der Motorhaube übergeht bis in die Tür. Und diese Leiste hier, das seht ihr hier schon, die geht mir ein bisschen hoch. Hier im unteren Bereich habe ich einen Spalt von 0,9 Millimeter auch. Und in Summe ist die ganze Leiste hier zwei Millimeter höher an der Stelle wie an der Stelle. Und somit haben wir da den ersten Prio 2er. So, und wo ich jetzt hier gerade stehe. Schwarz ist eine unheimlich dankbare Farbe, wenn man auf Spalte und Übergänge guckt. Nämlich haben wir hier zum Beispiel den Übergang der großen Haube in den wirklich kleinen Bereich des Kotflügels hier. Von hier oben drei Millimeter. In der Mitte haben wir dann viereinhalb teilweise. Hier unten haben wir dreieinhalb. Ist also auch eine Abweichung. Aber es fällt kaum auf, weil eben schwarz, Schatten, dahinter ist es schwarz. Man sieht es kaum. Also wenn ihr ein Auto haben wollt, zum Beispiel, wo ihr wisst, dass die Spalte nicht die beste sind, nimmt es in dunkel. Dunkelblau, schwarz, dann sieht man es nicht. So, und dann haben wir in der Seitenlinie zum Beispiel Garnis. Der ist wirklich sauber, auch im Höhenversatz Z und so weiter. Und jetzt haben wir hier hinten diese Rathausblende, die dann übergeht in einen Teil der Heckschürze. Und hier sieht man schon einen sehr, sehr keiligen Spalt. Und der hat tatsächlich auch zwei Millimeter hier und geht dann auf bis auf viereinhalb Millimeter. Also der macht richtig so auf. Das ist einfach auch nicht schön. Haben wir auch einen Prio 2 an der Stelle. Und ja. So, und was die Königsfuge ist inzwischen, das wisst ihr. Bei einem Mini Cooper ist aber nicht wirklich viel Königsfuge. Das sind im Prinzip nur hier. Danach geht es schon über hier neben die Rückleuchte, genau rechts und links. Aber wir haben ja auch eine große Diskrepanz von auf dieser Seite 4 Millimeter, die ich hier saugen, spatzend reinbekomme. 5,5 geht hier nicht rein. Die wiederum kriege ich dann auf der Seite hier locker zur Augenschmatze rein. Also über eineinhalb Millimeter von links nach rechts. Das ist dann doch etwas viel. Und auch ein Prio 2. Und wo wir jetzt am Heck sind, möchte ich euch nochmal was zeigen. Und das ist das Einkleben der Scheibe. Hier hinten seht ihr den Teil der Heckscheibe und da unter läuft ein Spalt entlang hier. Der ist komplett gleichmäßig in diesem Falle. Das sind 4,5 Millimeter, die ich hier gut reinbekomme und die auch konstant überall gut reinbekomme. Anders sieht es auf der Seite nämlich hier aus. Und hier haben wir wieder eine starke Keilform. Im vorderen Bereich haben wir genau die gleichen 4,5, die wir eben hatten. Das ist wieder 4,5. Der geht hier sauber rein. So. Und nach hinten dann. Da habe ich schon den 6,5er. Der passt mir hier hinten rein. 6,5. Und das sieht man dann auch im Gesamtbild der Heckklappe. Die sieht einfach irgendwo ist nicht ganz stimmig. Hat überall so ein paar kleine Abweichungen. Und das kommt dann tatsächlich aus der Scheibe. Aus der Verklebung der Scheibe hier auf dem Rahmen der Heckklappe. So. Und das war es auch so eigentlich schon. Er hat gar nicht so viele Klappen. Hier. In den Türen selber ist alles sauber. Was mir aufgefallen ist, das ist einmal hier im Bereich der Einstiegsleiste. Da haben wir hier eine unsaubere Passung. Da sieht es einfach aus, als wenn es daneben gesetzt wurde. Und. Das haben wir auf beiden Seiten. Die jeweils. Seite rechts oben. Ist nicht richtig verklebt. Und auf der anderen Seite ist das genau das gleiche. Die Einstiegsleiste. Also diese Zierleiste. Die ist im Prinzip jetzt hier gedreht. Scheint aber genau das gleiche Problem zu haben. Weil auch hier ist alles fest. Und am Schluss. Als wenn er hier oben dieser Klebestreifen, der unter ist von 3M oder was weiß ich, was das immer ist. Hier zu Ende ist. Okay. Das war es tatsächlich auch schon von den Fehlerpunkten. Was ich euch nochmal zeigen möchte. Ist per se kein Fehler. Ja, aber einfach mal eine sehr rudimentäre Lösung, wie man Themen auch lösen kann. Wir haben hier die Haube. Und die Haube mit ihren Blechen, die laufen dann hier in diese Spitzen zusammen immer wieder. Sieht auch ein bisschen unsauber aus. Ist aber eigentlich gar nicht schlimm. Damit da aber dort ein Kantenrost entsteht, hat man hier sich bei Mini entschieden. Da kommt ordentlich Wachs rein. Okay. Und dann kommen wir mal zum Innenraum. Der grundsätzlich keine großen Ausfallerscheinungen hat. Also eigentlich gar nichts. Aber so ein bisschen Mini-Verarbeitung, sag ich mal. Er ist in den relevanten A-Sichtbereichen. Also den Sichtbereichen, die der Fahrer eigentlich komplett vor sich hat. Komplett gut verarbeitet. Hinter Schrank und so weiter. Aber sobald man zum Beispiel in den unteren Bereich kommt, der Tür, ist das auch nur noch Hartplastik. Das hört ihr. Und im hinteren Bereich, da wo auch theoretisch jemand sitzen könnte, da gibt es auch nur noch Hartplastik. Dazu kommen Dinge, wie zum Beispiel. Oder. Stört es jetzt wirklich? Nein, man guckt ja nur drauf und rüttelt und knarrt sich die ganze Zeit dran. Aber es sind halt so ein paar Sachen, kann man besser machen. Oder? Da interessiert mich mal eure Meinung. Knarzt ihr im Auto rum? Fasst ihr überall an? Guckt ihr, ob alles vernünftig sitzt? Oder setzt ihr euch rein ins Auto, fahrt und es ist euch egal? So, finally, wer meine Kujx kennt, der weiß das, dass ich auch ganz gerne auf die Sitzqualität gucke und da fällt auf, der Wagen hat jetzt 1300 Kilometer runter, dass auch im Bereich des Beifahrersitzes hier auch schon deutliche Falten zu sehen sind. Also, das ist in dem Bereich und gerade hier hinten sehr, sehr deutlich zu sehen. Hinten an der Rückbank haben wir auch was. Das ist auch, es sieht einfach aus, als wenn zu viel Material für zu wenig Schaumstoff verwendet wurde. Was genau dahinter steckt, weiß ich natürlich nicht, aber es wirft halt sehr viel Falten und das ist nicht unbedingt schön. So, das war's. Sind in Summe dann 25 Punkte und die teilen sich auf wie folgt. Wir haben keine Kategorie 1. War auch nicht zu erwarten. Gibt es ja bisher erst ein einziges Mal. Wir haben viermal die Kategorie 2 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 mal die Kategorie 3 sind in Summe dann 25 Punkte und damit reiht er sich ein hinter dem Polestar 2, hinter der Renault Zoe und vor dem Kona Trend, den ich geprüft habe. In Summe, gutes Auto. Ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht und man muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei dem Auto wirklich genau hingeguckt. Und wenn man so ein Fahrzeug hat, wie beim letzten Test, den Dacia, dann hört man irgendwann auf, wirklich bis ins kleinste Ohr zu gucken, weil das den Rahmen sprengen würde einfach. Und bei dem Fahrzeug musste ich wirklich schon sehr, sehr genau hingucken. Das ist wirklich gelungen. Ich bin auch sehr, sehr überzeugt von dem Zustand und von der Qualität des Autos. Und übrigens, eine Geschichte und das könnt ihr gerne mal bei jedem Fahrzeug mitmachen. Das finde ich, fände ich mal auch sehr, sehr interessant. Und schreibt es in die Kommentare, wie es bei eurem Auto ist, die vordere Abschleppöse. In diesem Fall ist hier ein kleiner Pfeil drauf. Man drückt hier drauf und dann soll die Klappe sich öffnen, um dann hier die Öse reinschrauben zu können. Funktioniert bei, ich würde fast sagen, 90 Prozent aller Autos nicht. Und hier, hervorragend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da hoch begeistert von, wie einfach diese Klappe aufgeht. Das habe ich ganz, ganz selten erlebt und das könnt ihr gerne mal nachmachen bei eurem Auto. Also ich habe den e-tron jetzt hier, ich habe meinen ID.3, Ioniq, da geht das überall gar nicht. Man drückt eher den Stoßfänger zusammen, als dass sich da eine Klappe öffnet. So, und das war es schon jetzt mit dem Coo-Check des Mini Cooper SE Facelift 2021. Ich hoffe, euch hat die kleine Tour gefallen. Wie gesagt, das ist ein echt gutes Auto, damit macht man nichts falsch. Sollte man bei dem Preis aber auch deutlich erwarten. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir gerne den Daumen hoch, abonniert den Kanal. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne auch den Daumen runter. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich vielleicht verbessern kann oder vielleicht, wo ich in Zukunft mehr darauf eingehen sollte. Ansonsten bis bald und ciao.